Wie alt sind eigentlich die Miraculous Ladybar-Charaktere? Nummer 3. Beginnen wir mit Adria und Marinette und die beiden sind einfach erst 14 Jahre alt. Nummer 2. Alia und Chloe sind momentan 15 Jahre alt, also ein Jahr älter als Adria und Marinette. Nummer 1. Ist Gabriel und er ist einfach erst 35. WTF? Ich dachte, er ist über 50 oder so. Ich fühle den aufsteigenden Sch***.